Oh, der letzte Unboss. Na, das ist ja schön. Ähm, es ist glücklich. Nein, es ist ein Glück, dass du es geschafft hast. Es war nur Glück, dass du es geschafft hast, bis hierher zu kommen. Wie auch immer, ich werde ein Ende zu dem setzen, dem allen setzen. Also lasst uns janken. Wir werden drei Matches. Und wenn du verlierst, mache ich dich zu Stein. Ich mache dich zu Stein, du Pisser. Ich mache dich zu Stein. Ja, 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 das kennen wir schon. Okay, ich habe keine Ahnung. Mhm. Okay. Das war schlecht. Okay. Okay. Ja. Also ich glaube, er macht dann so, wechselt und geht wieder zurück. Ja, oder wieder Stein. Darn it, all loose. Okay, jetzt muss ich ganz schnell nach vorne laufen. Wie ich das schaffe, dann habe ich es schon gut wie gepackt. Genau, ich muss mich einfach nur hier vorne an den Rand stellen und ihn einfach immer nur einen auf die Birne geben. Und dann wird er zu Stein. Äh, einsammeln nicht, ihn berühren. Ich glaube, man stirbt dann. Ähm, kleiner Glitch, den ich jetzt gerade mal zeigen kann. Äh, ich drücke mal F5. Das ist meine Speichertaste. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, ist der wieder da. Ja, okay. Das machen wir aber nicht. Das gehört nicht zum Spiel dazu. Äh, danke dir, Alex. Deine Mutter ist gut. Also, ihr geht's gut und in guten Händen. Bitte, rette Radaxian People. Also die Radaxian, das radaxianische Volk. Mit der meist powerfulste Waffe. Mit der mächtigsten Waffe. Der Krone. Oh, süße Mutti, Mutti, Mutti. Mutti, 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 Mutti. Okay. Okay, und jetzt kommt das letzte Level. Ähm, ich mache jetzt, ich schneide zur Not einfach. Ich habe gemerkt, dass es doch gar nicht so schwierig ist. Äh, ich muss nicht immer nach den 10 Minuten aufhören. Okay, wie geht der jetzt ab? Okay, gleich unten macht er Blasen wahrscheinlich. Huch. Okay. Und er ist tot. Okay. Okay. Ich habe jetzt beide Medaillons. Das eine hatte ich von vornherein schon gehabt. Das Sonnenmedaillon würde ich jetzt mal einfach schätzen. Und das Mondlichtmedaillon, äh, habe ich jetzt gefunden. Okay. Hier, was muss ich hier machen? Eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, ich muss einfach nur auf die Steintafel gucken. Und, ähm, ja, wie rum muss ich sie lesen? Interessant. Grund, äh, die Krone kommt als letztes natürlich. Das heißt, ich darf sie nicht von oben lesen, sondern ich muss sie von oben rechts lesen. Von oben rechts lesen. Sonne, Welle, Mond, Stern. Okay. Sonne, Welle, Mond. Und, Stern. Wenn ich was falsch mache, dann kommen Tode. Hm, toll. Okay, das erste ist durch. Nächste Runde Reihe. Sonne, Mond, Welle. Sonne. Mond. Welle. Okay, schön. Und? Fisch, Stern, Fisch. Okay, da hinten. Ähm. Fisch, Stern, Fisch. Und da ist die Krone. Und ich finde, am schönsten ist wirklich der letzte Screen. Ich freue mich schon drauf. Okay. Okay, das Hitbox-Prinzip ist hier super. Und da haben wir sie. Das Spiel ist geschafft. Dum, 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 dum. Die, äh, heroische, ähm, Handlung, die von, ähm, Alex Kidd, äh, ja, Moment, nicht so schnell. Äh, result in a dawnfall of junk in the great and return of peace and tranquility to Redaxian. In a dazzling coronation, Igul, der ältere Bruder, became the König von Redaxian. Die Citizen turned into stone, wurden zurückverwandelt, ähm, und, äh, die Leute wurden durch die Krone da, blablabla. Alex, äh, war total happy und hat dann erstmal weitergelernt und die, die Kampfstile weiter dabei gebracht. Äh, Brutz, ich komm nicht hinterher. Ähm, ja, der ist dasselbe. Pff. Äh, das ist, also der König. Der König ist immer noch verschollen, alle anderen geht super, alles ist fröhlich, alle sind glücklich, alle sind froh. Ich kann eigentlich die obere Leiste immer wieder ausblenden, die nervt ja auch. Und jetzt kommt, der Game Overscreen. Den kriegt man auch, wenn man verliert. Und es ist vorbei. Ja, gut. Vielen Dank. Zweites Let's Play ist durch. Dankeschön.